Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Meldung an Thomas, anzunehmen bei Wolfs Leichnam im Wald von Elvin, an dieser Stelle. Vor Quest war Wolfs Schicksal, hier dieser Fleischhaufen, hier nehmen wir die Quest an. Und wir müssen jetzt zur Wache Thomas. Gut, mitten durch die Mervlox ist jetzt nicht meine beste Idee, aber das klappt schon, hoffe ich. Und ich sollte auch gleich beim NPC ankommen, wo ich diese Quest abgeben darf. Dann hier über diesen Fluss. Ihr habt übrigens auch einen Questletter mitbekommen, um das ja nicht aus Versehen zu stören. Dann könnt ihr die Quest nämlich nicht nur abgeben. Quest ist abzugeben, bei Wache Thomas, im Wald von Elvin, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Eventuell schaut ihr auch da vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.